Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft auf dem GruCraft Server. Ja, das letzte Mal haben wir hier geschaut, dass wir die Bäume wegbekommen und haben eine Schafsfarm gemacht. In dieser Folge möchte ich gerne wieder weiterfarmen. Die Sachen sind hier, genau. Das ist falsch herum. So, die zwei Sachen hier, das hier und das noch. Gut. So, mit dem Pozol machen wir dann Wege. Vielleicht hier runter und da drüben noch ein bisschen und dann nach hinten. Ich möchte das Haus wahrscheinlich nicht zusammenbauen. Je nachdem machen wir hier noch so ein Wohnhaus und das ist so ein Lagerhaus oder so irgendwas. Ich wollte hier noch einen Tricht in die Mitte machen. Hoffentlich reicht das, um die Hühnerei anzudenken, aber ich glaube nicht. Da brauchen wir neun. Sonst machen wir es kleiner. Genau. Und machen dann vier Hopper rein. So. Leider nicht viel hier passiert. Schade. Überall eigentlich halt wegen einer Aktivität nichts passiert. Das ist mein Schwert. Ja, meine Schwerter sind noch hier drin. Das sind die gecheateten. Da will ich jetzt nicht anfassen. Wir gehen mal zu Home Portal. Weil es gab eine neue Farmwelt. Ich glaube auch eine Netver Farm. Ja, scheinbar schon. Dann machen wir doch im Netver Farm weiter. Wenn wir doch schon so Luxus haben, oder? So. Liebe Leute. Wir farmen hier ein bisschen. Können wir hier irgendwie drüber bauen. Ah, schön. Hier hat's noch mehr. Quarz. So. Dann graben wir mal nach drüben. Richte ein bisschen runter wieder. Äh. Noch nicht so weit. Ähm. Ja, dann müssen wir am besten hier weiter blöden. Ähm. Blöden. Und jetzt können wir hier irgendwie runter. Hä? Wie am besten. So. Jetzt. Ah, schön. Oder? Da haben wir viel Quarz. Könnten wir echt ein Quarzgebeide machen. Wieso komme ich hier nicht entlang? Dann halt hier. Ist ein bisschen verbockt. So, ähm, Glowstone. Nein, hier nicht. Irgendwo anders auch dort nicht. Was ist das am Boden dort? Hä, was ist denn das? Aha, eine Krone. Ich dachte schon, es wäre eine Blume oder so gewesen. Nefferblumen hätte ich jetzt niemals gedacht. So, wo könnten wir entlang? Hier am besten. Gucken wir mal. Noch mehr abbauen. Ah, sehr schön. Recht viel hier. Ganz versteckt. Ähm, da oben wäre noch, aber das holen wir jetzt nicht. Hier drinnen. Oh, schön. Also, das lohnt sich jetzt schon recht viel. Recht gut. Also, hab jetzt nicht gedacht, dass wir so leicht an dieser Ding kommen. So, hier auch. So, zwei sind online. Okay. Oh, der Crazy Duck ist gerade gestorben. R.I.P. Okay. Ähm. So. Hier drinnen auch noch. Wow. Es gibt auch recht gute Levelers. Jetzt haben wir wieder 30. Jetzt können wir wieder etwas zaubern. Müssen dann gucken. Reicht ein besseres Spitzhacken noch, bevor wir irgendwas anders machen. Weil wenn ich jetzt eine Rüstung mache, dann sind wir wieder zu OP. Also. Ja, wir sollten vielleicht mal ein paar Enderperlen farmen für den Drachen. Dann machen wir mal den Drachen. Hallo. So. Und hier ist Sackgasse. Gassacke. So. Also, nach oben wieder. Ah, dann. Da runter und dann wieder hoch. Genau. Mal kurz was essen. Und weiter geht's. Ah, hier könnten wir nach oben. Da gibt's wieder viel Quarz. Hm. Was haben wir hier? Keine Festungen. Bisschen blöd. Boah. Bin ich schnell am abbauen. Komm ich ja gar nicht nach zu stoppen. Noch mehr. Wie viele haben wir schon? Zwei Stacks. Sehr schön. Wow. Was? Lava Fass. Äh. Lava Fall. Sie können Wasser voll. Oh, sehr schön. Gut. Da gehen wir am besten hier unten durch irgendwo. Jetzt Glowstone. Da unten durch. Ich glaube Glowstone haben wir schon recht viel gesammelt. Und da könnten wir auch ein bisschen mehr haben. Geh weg, Lava. Geh weg, Lava. So. Irgendwie kommen wir da schon nach oben wieder. Also. Um den Lava Wasserfall. Um den Lava Fall. So. Zum Beispiel hier. Das ist gefährlich hier. Ah. Wie ist Kacke zum runtergehen. Ja. Hier könnten wir lieber... Ich hoffe nur, dass kein Gast oder so ein Fan-Kämpfer irgendwo ist. Ja. Fan-Kämpfer gibt es nur in den... Ähm. Nette Ruinen. Puh. Also steppen will ich jetzt nicht hier. Sonst haben wir unser Ding schon wieder verbraten. Unsere coole Sachen. Hopp. Vorsichtig sein. So. Nach oben. Ja. Hier ist leider nichts. Auf die andere Seite. Naja. Gehen wir mal nicht. Wir bohren uns jetzt hier durch. Wir sind die Schnellbohrer. Äh. Mgb. Um. Puh. Boah. Jane. Eine nette Ruine. Sehr schön. Und wie kommen wir jetzt hier hoch? Das ist, äh, recht. ja ich grabe mich hoch am besten oder ich gehe dort hoch die ist wahrscheinlich nicht so hoch nein ich grabe mich hoch auch wenn ich runterfalle da sterbe ich halt aber immerhin nicht in lava bisschen wenig gegner habe ich jetzt schon getroffen weiß jetzt nicht woran es liegt halt selber bedingt dass manchmal nicht so viele ding spawn monster oh schön danke für die kiste liebe leute liebe entwickler die mir das zufällig hier so gemacht hat da hätten wir noch eine diamant eisen und hier kommt irgendwas rund der crazy duck ist hier hallo na du bist auch im durchsuchen nimm du nur nimm du nur crazy duck schade da war er wahrscheinlich überall schon wir gehen einfach weiter also wir lassen uns dem crazy duck hier das zeugs und gehen dort hoch ich denke da war er auch schon nun gut hatte ich jetzt nicht gedacht dass der hier ist das war schön also hier war er sicher noch nicht so ich bin doch ein netter spieler und lasse die anderen natürlich farmen so und dann könnten wir gleich auch diese blöcke bisschen formen bei diesem recht ja schon oh da hat er ein disconnect gehabt kurz oder so etwas da rüber da ist ja nix mehr oder nö na was ist hier auch nix hast du verbindungsproblemen hm da ist zum beispiel ein schwarzes kleid schwarzes kleid so komm mal du zu mir ich möchte dich jagen ach gibst du mir nix wenn man die ein bisschen farmen könnte hier auf dem server dann hätte ich jetzt den witter ähm gespawnt der war danach eine herausforderung gewesen aber ihr wisst es die tier also die mob spawnen extrem selten wo nicht gerade häufig colin heißt ok hop so haben wir denn überhaupt noch ja wir haben noch ganz viel eventarplatz hätte ich nicht gedacht so viel können wir ein bisschen close door mitnehmen wieso nicht wenn es so hier das so schön präsentiert wird auf dem präsentierteller liegt das ist krass gar so dille ähm da dritten hätten wir noch close door nehmen wir auch mit ein bisschen näher so gut ähm ist eine richtig gute farm folge heute ähm schöne ähm nefferwelt ist nicht eine sehr ähm nützliche nette welt aber eine die die ein bisschen etwas ja dass man irgendwas machen muss und ja neffer zu sein ist auch etwas schönes und bietet Abwechslung bevor wir dann in der farmwelt wieder ein paar Sachen suchen ähm eben das bauen muss ich jetzt mal schauen nicht vielleicht etwas benutzen das wir schon eher öfters haben oder Quarz dann farm wir einfach immer wieder Quarz hier und dann haben wir die Rohstoffe sonst halt ich weiß jetzt nicht das sind eigentlich alles so Rohstoffe die recht selten sind Wolle könnten wir noch benutzen aber hier ähm also bei der Villa nicht bei der Villa möchte ich das schon aus Quarz oder so machen Jo Jo So Dann hätten wir hier wieder Glowstone Schade ist Lava nein ist okay wir farmen es nicht hier hm oh Level Up wieder 35 wow nein boah wir müssen uns heilen krass haben wir hier irgendwo noch eine nette farm nette ähm Festung müssen gleich suchen hier hat es aber so geiles Quarz so da vorne haben wir eine sehr schön das machen wir zum Abschluss ich kann den Parten ein bisschen länger machen dank der Festung und ähm ja ich freue mich natürlich die zu plündern hier wahrscheinlich auch ähm ich weiß jetzt nicht so wie es beim Zuschauen ist ich habe früher immer gerne andere Leute zugeschaut wie sie etwas erreichen oder so ähm ich denke so wie es aussieht mögen ein paar richtig dieses Projekt ich bin halt noch nicht so bekannt wie zum Beispiel bei der Gronkh oder ähm ähm umgespielt und da sehe ich es halt nicht so gut gut aber ähm ich denke es ist schon beliebt so und wenn nicht dann sagt mir mal was ihr gerne sehen würdet im Kommentar und ähm ähm was ich bauen soll und so weil es ist ja interaktiv also ich möchte schon dass ihr auch mitwählen könnt was ich so mache ähm das fand ich bei Gronkh zum Beispiel immer so schade und das hat mir auch ein bisschen verleitet nicht alle Parts zu schauen ähm ähm oh hier ist ein Gast irgendwo gehen wir schnell rein ah das ist ein ein Ding oder ja das sind die Zuckels so äh netter Quads haben wir aber können wir mitnehmen wir haben glaube ich schon ein ja wir haben schon eine Gabel bekommen die nehmen wir mit so 24 ja sind halt nicht ausgewachsene weil die müssen zuerst wachsen hier in den Ruinen so ähm ja die ganze Festung werde ich jetzt nicht erkunden aber ähm also das was zurückliegt bei mir ähm wegen den Gasts äh wegen den Lohen aber hier mal ein bisschen gucken wenn hier hinten dran hat's ja 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 so Goldbahn hm das ist jetzt ein Gast mit diesem komischen Geschrei nerven sich schon ein bisschen herum da nach oben mal gucken links und rechts mal hier rechts entlang hm hm ich möchte am besten hier mal noch bleiben und dafür ähm woanders runter oder hier rüber hier hat sich irgendwo noch Kisten oder sonst irgendwas hm hm hallo ah schaut her ja hm kein Durchgang aber eine Schlucht dazwischen so was haben wir hier das ist wahrscheinlich dann ah schaut mal her ah perfekt immer noch keine Maske ähm nun gut ähm wir gehen jetzt noch Richtung runter hier und machen hier ein Home Punkt so ähm am besten gehen wir noch weiter ein bisschen ja hier ist fertig aber hier geht's weiter ah schaut mal haha so was könnten wir ein Knochen könnten wir Feuerzeug brauchen wir nicht machen das Feuerzeug auch nicht die anderen Sachen möchte ich schon rein mitnehmen so schauen wir mal ob es noch andere Kisten hier gibt oh unterirdisch in der netten Festung der zweiten weiter ähm ok hier ist nichts mehr ja dann gehe ich hier raus machen Home Punkt und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder ja ist nicht so schön hier aber ich möchte gerne noch kurz hier rein hä ach das ist hier ich weiß nicht wo ich das machen wir noch oder ich hoffe es ist nicht so gefährlich weil hier ein Gas in der Nähe ist aber nein sonst machen wir ein schön rolliges warmes Bad in der Lava ich muss schauen dass kein Skelett hier in der Nähe ist aber das kann uns nur weiter hinten schießen schießen die gibt es ja auch hier in der Festung kurioserweise auch wo ist das eklig ah so hab ich gleich Bock noch kurz weiter zu machen ja der Part wird länger denke er wird länger so was haben wir hier denn ah ich liebe das der kann hier doch die Dings sehen so hier werden wir aber Schluss machen hä wie sieht der uns hm so ich werde den äh das ist doch noch wer kommt jetzt Telefon äh den ähm äh Eingangsklingel ja zum Beispiel hier hol mich also Dankeschön für's Schauen dieses Partes bis zum nächsten Part euer Drago Baza Tschüss